Wenn das in die Richtung nicht geht, kann ich auch in die andere Richtung gehen. Moment, alles was im Griff rauskommt. Entweder er hält mich fest, entweder der hier oder der hier. Zum Beispiel er hält mich nach der Schulter, ich fixiere ihn, ich ziehe ihn. Der hier ist das selbe Prinzip. Ich glaube auch immer genau so wie bei dem hier. Das selbe Prinzip. Er hält mich von hinten an den Händen. Hier durch und hier fort. Auch wieder das selbe Prinzip. Hier habe ich noch den Vorteil, dass ich ihn hier nehmen kann. Das ist ja unangenehm. Wo gehen wir jetzt? Oder eben den hier. Den hier. Das ist mir genau dasselbe wie von hinten gefasst. Oder den hier. 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 Schwer. Hier. 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 They. Vielen Dank.